So, das neue Update ist da und damit auch eine neue Waffe, der explosive Bogen. Sprengt euch mit dem neuen Boom-Bogen den Weg frei. Okay, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie die Waffe sein wird. Hier ist erstmal der neue Shop. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr rechts unten im Shop meinen Creator-Code ArianeFN eingeben würdet. Dann annehmen. Und steht der hier. Aber der wird immer nach 14 Tagen entfernt. Also ja, schaut immer mal nach, ob der da oben noch dasteht. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal in eine Runde und suchen die neue Waffe. So, erste Runde. Wo wollen wir landen? Kommt das Retail. Ich denke mal, hier zum Anfang wird der Bogen schwer zu finden sein. Ja. Das ist ja immer so, auch bei der Schatzkarte letztes Mal. Dann hat sie so schwer gefunden. Aber jetzt ist sie überall. Oh, nice. Ich hab den blauen Pump. Okay. Okay. Komm, Mini für dich. Yo. Danke. Oh, nice. Oh, nice. Hm. Scheiß auf die Kiste. Wohl. Ah, du hast Pip-Feld getroffen, glaube ich. Yo. Ich hab den geholt. Was? Du hast in die Luft gesprengt? Ich hab einen irgendwie aus der Luft geholt. Ich hab einen auch irgendwie geholt. Schau mal. Keiner braucht so einen Hängegleiter? Nein, aber ich brauch Hilfe. Hilfe ist mein zweiter Vorname. Ich hab einen. Hilfe! Nein! Nein! Mann! Hat der viel Leben? Ja, es geht. Nein. Ey, Mann, Digga. Fuck. Ich hab nicht... Vielleicht hätte ich es geschafft, wenn ich nicht vor ihm gelacht hätte. Ja. Musstest du unbedingt lachen. Ja. So, da sind safe noch irgendwo ein Gegner. Mhm. Hey, als ob hier keiner mehr ist. Ah, da ist jemand. Ah, die sind low. Oh, ich dachte, das zeigt mich jetzt. Oh. Oh. Das geht schnell. Was, Alter? Ich hab den grad noch so gesehen, als der mich gesnipet hat. Hm. Boah, das ist krass cool. Vorne war noch ein Lagerfeuer. Oh. Der, glaub ich, nicht mehr so viel Leben. Tja. Oh, der hat zwei Biggies. Hm. Hm. Hier müssen wir noch ein Lagerfeuer. Ja. Da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Hä? Wo? Als ob da noch einer ist. Da vorne im Haus. Was macht der denn da? Was war das denn? Er hat kein Leben. Ah, zwei Leute. Oh. Oh, das wird schnell. Oh, das ist noch ein Lagerfeuer. Oh, das ist noch ein Lagerfeuer. Oh, das ist noch ein Lagerfeuer. Oh, nice. Unmöglich zu finden. Vielleicht in der Kiste. Versuch's mal aus, oder? Nein. Ich muss in die Zone. Okay. Vielleicht in Lootdrops. Kann ich den dann finden. Und zum Notfall können wir dann auch Spielwiese gehen oder so. Ja, ja. Da finden wir den einfacher. So. Wo sind jetzt Gegner? Hallo? Oh. Ein Bo... Oh. Das sind mehrere... Ein Busch? Oh Hey, ich gehe Der ist noch nicht tot. Ich dachte schon. Komm, noch sechs Kills müsste machbar sein. Ich will jetzt endlich mal den Bogen finden, also. Wie bitte? Oh. Das wird schwer. Oh. Ich hab gar kein Leben, ich hab gar kein Leben. Eben. Flieg in die Zone. Nein. Ich bin tot. Aber er auch, oder? Oh, die kommen zu dir. Und hier. Puh, Alter. Hm. Das war so knapp. Ja, aber... Und der Verbänder? Nichts. Da ist ein Medikid Ja, aber da sind Gegner vorne Und ein Trank Da sind aber Gegner vorne Ja, ein Biggie liegt auch hier Ja, ich hab's gesehen Fuck, 20 Kills schaff ich aber nicht mehr Egal Hauptsache du gewinnst Ein Biggie war noch unten Wo unten? Hast du gehört? Unten, bei der Tankstelle unten Da lag auch noch ein Biggie Warte, da Oh ja, die Feiten Mit Schrotfolgepunkt Okay, ich bin alleine gegen zwei Leute Ja, die sind glaube ich nicht schlecht Die Zone ist da vorne auf dem Berg Ja Die Zone ist unten Wow Und da minions Warum Oh Nein, ich hab den Kill nicht bekommen 17 Kills, krass War ne geile Runde Komm, lass dich es zur Runde machen, oder? Weil wir müssen unbedingt den neuen Bogen finden Keine Ahnung, wie ich jetzt mit 17 Kills den Bogen nicht finden konnte So, wir haben jetzt noch ein paar Runden gespielt aber einfach den Bogen nicht gefunden deshalb sind wir jetzt hier im Kreativmodus und werden gleich ein Monvion machen obwohl die explodieren, ja Oh ja Aber wenn du R2 und L1 gedrückt hältst dann kannst du dann siehst du ein Fradenkreuz Stimmt Man muss einen treffen Ach so oder in die Nähe von einem schießen, oder? Okay Komm, lass uns Union machen Okay, bist du bereit? Ja Los Los Oh No Scope Ah, bringt nichts Das kann doch nicht sein Ey, ich hätte dich fast Nein Doch Oh mein Gott Was ist das hier? Ich hab' nicht Ich hab' nicht Oh, ich hätte dich fast 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 Oh Mann Ey, die Waffe ist geil irgendwie Man muss halt nur voll kurz nachladen Ja, ich weiß Das ist geil Was zum Ne, ne, ne Nicht mit mir Ich bin doch nicht blöd Ja Ne Nein 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 Mann Okay, dann Das war Was versuchst du da? Ich habe mich fast selber gesprengt. Ich bin so schlecht damit. Ich habe dich vorhin gehittet. Ja gut gemacht. Die Krippe war noch nicht ganz kaputt aber war es nicht schlimm. Okay ich drück auf schießen aber es... Los mach auf wenn du dich traust, mach auf. Komm mach auf. Alter ist die geil die Waffe. Mann! Hey die ist richtig geil das macht so Bock. Die macht das Gebaute nicht One-Shot, sie schießt sich komplett kaputt. Da fällt man nicht runter. Das ist richtig geil. Auch nicht schlecht. Oh mein Gott! Das war kein Hit. Hä? Meine Waffe schießt irgendwie nicht. Ich weiß warum. Ich weiß warum. Ach Digger. Du hast dich selbst geatet. Ja. Ja. Ja man. Respekt man. Oh. Aber da muss man genau drauf sein. Komm 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 komm. Ey Digger warte nochmal. Oh. Also das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe euch hat es gefallen. Falls ja könnt ihr gerne den daumen nach oben da lassen. Und vergesst nicht zu abonnieren um nicht mehr zu verpassen. Ja. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare wie ihr die neue Waffe findet. Creator Code Arian fährt nicht vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.